Der digitale Wandel erfordert den Aufbau von neuen Kompetenzen in produzierenden Unternehmen, um den hohen Ansprüchen an operative Exzellenz und Industrie 4.0 zu erfüllen. Dabei unterstützen wir Sie vom ROI-Epheso Learning Campus als Qualifizierungspartner mit unseren internationalen und erfahrenen Trainern. Im Fokus steht der Know-how-Transfer zur Weiterentwicklung von Prozessen, Menschen und Technologien im industriellen Umfeld. Ganz gleich, ob in Entwicklung, Produktion oder Supply Chain, wir vermitteln Ihnen praxisbewährte Lean-Prinzipien und Methoden der Prozessoptimierung. Auf dem Weg zur Fabrik der Zukunft veranschaulichen wir Ihnen die Nutzung von Produkt- und Prozessdaten entlang der Wertschöpfungskette sowie den Einsatz digitaler Technologien für mehr Effizienz und Produktivität. Abgerundet wird unser Trainingsportfolio durch wichtige Führungsthemen, von der Vision über Kommunikation bis hin zur Steigerung der Team-Performance, um die Transformation im Unternehmen erfolgreich zu gestalten. Unser Qualifizierungsansatz orientiert sich am 70-20-10-Modell und kombiniert damit verschiedene Lernformen effektiv miteinander. Demnach findet Lernen zu 70% am Arbeitsplatz statt, etwa durch herausfordernde Aufgaben und Praxisprojekte, zu 20% im beruflichen Umfeld, wie zum Beispiel durch Mentoring oder den Austausch mit Kollegen und zu 10% durch traditionelle Weiterbildung wie Seminare oder E-Learning. Für den Kompetenzaufbau im Unternehmen erstellen wir daher maßgeschneiderte Blended Learning-Konzepte mit einem optimalen Mix aus Präsenzphasen und Selbstlernphasen. In den Präsenzphasen fokussieren sich die Teilnehmer auf das gemeinsame Lernen anhand verschiedener Lernsituationen, virtuell oder vor Ort. Die Selbstlernphasen dienen dem individuellen Lernen der Teilnehmer und werden vorwiegend durch virtuelle Lernformate abgedeckt. In unseren Präsenztrainings ermöglichen wir das Lernen durch Erleben, indem wir gezielt Lernsimulationen für Lean Production und Industrie 4.0 einsetzen. Die Teilnehmer machen hierbei praktische Lernerfahrungen und motivieren sich gegenseitig durch den spielebasierten Trainingsansatz. Dies steigert den Lernerfolg und macht die Trainingsinhalte greifbarer. Zudem bieten wir das Erleben von Best Practice live in den Fabriken von Vorreiterunternehmen. Bei Themen rund um Lean Production organisieren wir exklusive Werksbesuche bei unseren Best Practice Partnern. Geht es um Digitalisierung, haben die Siegerunternehmen des Industrie 4.0 Awards erfolgreiche Umsetzungsprojekte nach neuesten Industriestandards zu zeigen. Starten Sie Ihre Qualifizierung mit dem ROI-Epheso Learning Campus. Gerne beraten wir Sie zu unseren Trainings- und Qualifizierungsthemen. Gerne beraten wir Sie zu unseren Trainings- und Qualifizierung- und Qualifizierung- und Qualifizierung- und Qualifizierung- und Qualifizierung- und Qualifizierung. Gerne beraten wir Sie zu unseren Trainings- und Qualifizierung- und Qualifizierung- und Qualifizierung- und Qualifizierung- und Qualifizierung.